Mein Name ist Isabel Videra und ich bin Technologieberaterin bei SAP im Bereich Mobile. Ich bin seit dreieinhalb Jahren bei der SAP, wobei ich hier mit einem dualen Studium angefangen habe. Ich bin wirklich am aktuellen Tagesgeschehen dran und kann dem Kunden helfen, mit der neuen Technologie schneller zu wachsen, die Prozesse zu optimieren und eben erfolgreich zu werden. Ein Bewerber muss an Qualifikationen ein abgeschlossenes Studium in einem Technologiebereich mitbringen, sollte zudem natürlich auch teamfähig sein. Fremdsprachen sind auch immer ganz hilfreich und die Persönlichkeit muss auch zum Unternehmen passen. Wenn sich jemand auf die Stelle Technologieberater bewirbt, erwartet ihn als erstes ein normales Vorstellungsgespräch. Ist das erfolgreich gelaufen, hat die SAP ein sogenanntes Career Starter Programm. Das heißt, die Berufsanfänger werden nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen, sondern durchlaufen ein zwölfmonatiges Programm, in dem sie begleitet werden, individuell beraten werden, Schulungen bekommen, die fachspezifisch sind und auch durch einen sogenannten Buddy begleitet werden, der ihnen eben das Beraterleben näher bringt. Neben der fachlichen und beruflichen Weiterbildung bietet die SAP noch viele weitere Vorteile. Wir haben hier kostenloses Mittagessen. In meinen Pausen kann ich runter in die Apotheke oder meine Wäsche aus dem Wäsche-Service holen. Ich kann kurz mal in die Bank runter und Geld abheben oder auch zum Friseur gehen. Und nach der Arbeit kann ich mich in einen der vielen Fitnesscentern austoben.